3, 2, 1 Liebe Grandios-Freunde, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Tobias Leminski und darf Sie heute aus der Landeshauptstadt Bayerns aus München begrüßen. Wir haben heute das Thema der Mensch, Wert und Würde des Menschen. Wir sind zu Besuch bei einem Mann, den ich Ihnen eigentlich gar nicht vorstellen brauche. Sie werden ihn gleich erkennen. Ein Mann, der viel zu berichten hat, wenn es um das Thema Wert und Würde des Menschen geht, weil er sie erfahren hat, weil er sie gefördert hat und wiederhergestellt hat und weil er nahezu täglich darüber reden darf. Lieber Bruder Paulus, ganz herzlichen Dank, dass wir hier bei Ihnen in der Kapuziner-Gemeinschaft zu Gast sein dürfen, dass Sie sich die Zeit für Grandios nehmen. Sehr gerne, danke, dass Sie gekommen sind. Bruder Paulus, Sie haben in Ihrem noch jungen Leben so ziemlich alles gemacht, was ein Kapuzinermönch machen darf, Leiter diverser Klöster, unter anderem eines Klosters zum Mitleben. Sie waren Krankenhausseelsorger, Journalismus haben Sie betrieben, Ausbildung von Telefon- und Hospizseelsorgern und vieles, vieles mehr. Was davon hat am meisten Spaß gemacht? Wo haben Sie sich am wohlsten gefühlt? Wo haben Sie Ihre Talente am meisten ausleben dürfen? Ich glaube, meine Talente habe ich nach und nach alle entdeckt. Darum bin ich vielleicht auch jung geblieben, denn mein noch so junges Leben ist ja nun auch nicht mehr so jung an Altern. Aber man bleibt ja jung, wenn man viele Erfahrungen macht und mit Gott unterwegs ist. Ich erinnere mich sehr gerne daran, dass ich eine Ausbildung gemacht habe in Gestalttherapie. Das war für mich interessant, diese gestalttherapeutischen Ansätze zu entdecken und zu sehen, wie dadurch das Evangelium für mich noch begreifbarer wird. Das war für mich interessant, von einer Gemeindeseelsorgesituation nach Stühlingen zu kommen, ein Kloster zum Mitleben zu leiten, wo ich Brot backen gelernt habe und für viele Leute zu kochen gelernt habe. Interessant war es für mich, in Thüringen zu sein, auf 13 Quadratmetern zu leben und dort mit den Menschen am Rande Gemeinschaft zu haben, politisch tätig zu sein im Jugendhilfeausschuss. Zu sehen, wie Demokratie funktioniert, dass ich sie mitgestalten kann, auch in Ostdeutschland. Und natürlich der Sprung dann nach Frankfurt und da auch in die Obdachlosen-Seelsorge, Obdachlosenarbeit hineinzugehen, dann auch in die Medienarbeit, Talkshows zu machen, Fernsehen zu machen. Also mein Leben ist voller Entdeckungen und jetzt bin ich 64 und ich frage mich bis zum Ende meines Lebens, was hat Gott alles noch so im Köcher für mich? Ja, das wäre dann die nächste Frage. Gibt es noch etwas, was Sie vielleicht noch nicht gemacht haben, was Sie aber noch gerne machen würden? Das ist ja die interessante Frage, dass wir das gar nicht sagen können, was wir vielleicht gerne machen würden, weil wir noch gar nicht kennen können, was wir alles können. Also das ist für mich eine der spannendsten Fragen der christlichen Hoffnung und auch des christlichen Menschenbildes, dass ich immer damit rechnen kann, dass Gott das große Plus ist im Leben eines Menschen und dass er die Türen öffnet zu Möglichkeiten, die ich noch gar nicht wissen kann. Und das ist für mich die Grundhoffnung, dass jeder Mensch in sich Möglichkeiten trägt, die er für sich, für sich selber noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Also seit ich Weltkirche beobachte, betrachte oder mich damit befasse, dass ich ordens Leute in der Welt sehe, kenne ich Bruder Paulus, weil er umtriebig ist, er ist recht in Frankfurt und kenne auch die Arbeit ein wenig. Aber es gibt ein paar, die tatsächlich noch nicht genau wissen, wer Bruder Paulus ist. Wie würde sich Bruder Paulus selbst vorstellen, wenn jemand vor ihm steht und sagt, wer ist denn dieser Mann in der Kutte? Das ist, glaube ich, mit ein paar Sätzen zu sagen. Ich bin jemand, der aus dem Münsterland kommt, ein Kind der 70er Jahre. Ich habe den Katholizismus noch so gerade kennengelernt, wie er die Menschen in Massen bewegt hat. Große Gottesdienste und so weiter im westlichen Münsterland. Dann hatte ich das große Glück, dass ich mit 16,5 irgendwie vordringen durfte zu dem Kern des Christlichen, dass die Taufe uns nämlich wegnimmt aus den Zwängen der Biologie und Biografie und uns hineinnimmt in die Biologie und Biografie Jesu Christi, des Menschen überhaupt. Und dass richtige Menschwerdung mit Christus starten kann. Ich wollte seit diesem Tag unbedingt Mensch bleiben und wusste, bei der Kirche geht es nicht um Institutionen. Es geht darum, Freiheit, Freiheit zu leben. Und habe dann anderthalb Jahre später die Kapuziner kennengelernt und gewusst, das ist einfach eine Gruppe von Menschen, die diese Freiheit speziell bewahrt und in der man diese Freiheit speziell entfalten kann. Und musste dann nach dem Abitur, drei Monate nach dem Abi, einfach diesen Weg anfangen. Also, es ist nicht der erste Mönch, den wir treffen, der recht früh sich für ein Leben im Kloster entscheidet. Und auch hier wieder noch nicht mal 20 und für die Kapuzine entschieden und ins Kloster gegangen. Das ist ein Alter, wo heute viele noch sagen, mal ein bisschen ausprobieren, was das Leben so mit sich bringt. Und wie kann es sein, dass sich jemand so früh, so klar entscheidet? Und das müssen Sie den Chef fragen, warum er mich so zugerichtet hat und warum ich das machen konnte. Für mich war das eigentlich keine Gefahr, jetzt mich festzulegen, weil ich wusste, dass alle Freiheit, und das habe ich irgendwie geahnt, alle Freiheit ist uns in die Hand gegeben, dass wir am Ende des Überlegens uns binden müssen. Also ich habe diesen Zusammenhang von Freiheit und Bindung irgendwie geahnt. Und wenn ich in ein Kloster gehe, dann sehe ich da vielleicht nur dann auf die Dauer 5, 8 Menschen in meiner engeren Umgebung, vor allen Dingen in der Ausbildungszeit. Aber wenn ich mir diesen 5, 8 Menschen, die ich mir nicht ausgesucht habe, und die haben sich mir auch nicht ausgesucht, wenn ich mit denen probiere, Menschlichkeit zu leben, Humanität, Charismenpflege, Gebet, dann kann ich da den Frieden einüben, den ich mit der ganzen Welt leben will. Und irgendwie hatte ich diese Vorstellung, wer in eine Gemeinschaft eintritt oder wer sich bindet, der kann erst wirklich sich bewähren in der Freiheit. Freiheit heißt nicht, ich habe eine große Wahl und weiß nie, was ich machen will, sondern ich wähle das eine und wachse in die Tiefe. Und wo ich in der Tiefe wachse, ist eigentlich egal. Der gebürtige Name ist Bernhard Gerhard Terwitte. Warum hat er dann Bruder Paulus den Namen Paulus angenommen? Ja, das gehört auch mit zu meiner Biografie, dass natürlich der Weg in das Kloster und zu den Kapuzinern durchaus als gelernter Messdiener und als gelernter Katholik sehr oberflächliche Gründe hatte. Mit einem Gewand durch die Gegend zu laufen, ein Herr Pater werden zu können, das hat das durchaus mitgeschwungen auch. Es war ja noch damals ein bisschen Richtung Aufstieg, wenn man so etwas Geistliches gewählt hat. Und dann war die Frage, wie will ich da weitermachen? Und dann war in den Tagen der Exerzitien vor der Einkleidung des Novizatsbeginns war die Frage Ordensname, Nicht-Ordensname. Und dann dachte ich, ach doch, Ordensname, das will ich, weil mein Rufname war eigentlich Bernd. Das hat mir auch nie gefallen, diese Kurzfassung. Und habe dann gedacht, wenn schon, dann nehme ich einen richtigen Heiligen und habe den Paulus dann genommen, war dann der Bruder Paulus. Und das ist dann auch so geblieben, auch nach der Priesterweihe. Das ist jetzt nicht der kleinste Heilige? Nee, aber das ist schon einer, der hat faustig hinter den Ohren. Also wenn man dem Paulus irgendwie nachgeht, dann sieht man, dass er etwas zugelassen hat, was mir heute eigentlich fehlt im Geistlichen. Paulus hat zugelassen, dass man die Dinge nicht zusammenkriegt. Paulus hat zugelassen, dass man zwar hört, was man glauben soll, aber das zu übersetzen ins eigene Fleisch und das dann auch zur Tat werden zu lassen, das ist ein Spannungsprozess. Man kommt nicht los von seiner Biografie. Da kann Christus noch so sehr die Mitte sein. Du hast einen Papa, du hast eine Mama, du hast deine Religion gelernt, du hast die Kultur gelernt. Und wie man da sich entfesselt, um sich dann in Christus zu fesseln, das kann man in diesen Briefen des Paulus, kann man das wunderbar nachlesen, wie er sich aufregt, engagiert ist, wie er depressiv ist, wie er mit sich nicht zurechtkommt. Und das ist für mich ein total zeitgemäßer Heiliger. Und mir fehlt es manchmal ein bisschen am ganz katholischen und auch am christlichen Spiritualität, dass wir zu wenig sagen, das ist auch immer Kampf und Auseinandersetzung. Da ist man nie fertig mit. So ein Mensch hat jetzt viele, also Bruder Paulus hat jetzt viele Sachen schon erlebt. In Frankfurt haben wir gesagt, Gera haben wir gesagt, die Klösterarbeit. Lass uns kurz über Wert des Menschen reden. Auch das ist etwas, was vielleicht zu kurz kommt. Der Wert des Menschen, was ist das? Wo kommt der her? Wenn man über Werte spricht, dann muss man sich vielleicht einmal Konrad Lorenz vor Augen führen, der immer gesagt hat, der Mensch sei ein instinktreduziertes Wesen. Kein Hund baut Waffen, um andere Hunde zu erschießen. Wir sind aber als Menschen instinktreduziert. Wir können anders, als wir sollen. Wir haben keine Instinkte, die sagen Stopp, sondern wir können einfach weitermachen. Und Werte sind eigentlich anstelle der Instinkte uns gegeben. Denn Werte sind Stopp-Schilder, die die Frage aufstellen, ist das gerecht, was du gerade machst? Gerechtigkeit. Dient das dem Frieden? Dient das wirklich der Liebe? Stopp. Darum ist der Wert, den wir Menschen in uns tragen, ist jener, dass wir in uns diese Möglichkeit haben, genau nachzudenken und zu verwirklichen, was eben dem Sinn entspricht, den Freiraum zu gestalten. Wenn man so will, ist der Wert des Menschen, dass er als Ebenbild Gottes teilhat an der Kreativität Gottes und gleichzeitig auch teilhat an der Möglichkeit, diese Kreativität sinnvoll zu gestalten. Das ist sein Wert. Und da sinnvoll immer Freiheit heißt, ist leider auch viel Unsinn möglich. Nehmen wir den zweiten Begriff unseres Themas noch mit rein. Woher kommt die Würde des Menschen? Die Würde des Menschen liegt natürlich begründet darin, vom biblischen Gottesbild her, das kommt aus dem Judentum ins Christentum hinein, dass jeder Mensch eine Kreativitätsagentur des Heiligen Geistes ist, dass Gott jeden Menschen geschaffen hat, sich zur Freude, dass Gott sich in jedem Menschen widerspiegelt und seit der Menschwerdung in Jesus Christus auch nochmal deutlich, auch in jeder leidenden menschlichen Gestalt, sich wiedererkennt und jeden Menschen bis zum bitteren Ende begleitet und ihm Führer, Vater, Heiland, Tröster ist. Und das gehört, Gott schaut jedem Menschen hinterher und das macht eigentlich die Würde eines jeden Menschen aus. Und darum ist auch die Kirche unterwegs, dies immer wieder zu zeigen und darum ist es so erbärmlich, wenn wir sehen müssen, wie sehr die Kirche in manchen ihrer Glieder auch darin versagt hat, bei den Schwachen gut zu sein. Lassen Sie uns über etwas sprechen, was, Sie haben es ja schon angedeutet, in den letzten Jahren eher in den Hintergrund geraten ist oder in Vergessenheit geraten ist. Das christliche Menschenbild ist ja eigentlich, wenn man es mal sich so vor Augen führt, eigentlich eins der schönsten, weil es eben auch diese Freiheit, diesen Gedanken der Freiheit in sich trägt. Was macht es so besonders? Was gehört dazu, zu diesem christlichen Menschenbild? Und warum ist es erstrebenswert, danach zu leben? Das sind ja alles Fragen, die wir gerne mal jetzt hier aufdröseln, weil das eben aus meiner Sicht leider nicht mehr viel vorhanden ist. Die Sicht des Christen auf den Menschen ist so, dass man sagt, dass jedes menschliche Antlitz ihm widerspiegelt eine Facette Gottes. Darum ist jeder Mensch willkommen zu heißen. Das Zweite ist, jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich zu entfalten, in Freiheit zu entfalten, nach den Fähigkeiten, die Gott ihm gegeben hat. Und das sollte man auch tun. Das hat auch die Kirche lernen müssen, wenn jemand die Fähigkeit hat, Atheist zu sein, dann muss er Atheist sein dürfen, und zwar von Gottes Gnaden. Das muss man aushalten. Dass ein Mensch sich entfaltet, dass aber der Mensch eben auch die Möglichkeit hat, böse zu sein. Das gibt dem ganzen Menschenbild auch sozusagen eine gewisse Skepsis und die Einladung, eine Achtung zu sagen. Ja, wir wollen jeden Menschen achten, aber ich bin nicht der Meinung eines jeden Menschen. Und ich will auch jeden Menschen lieben, ganz klar, und will ihn wertschätzen, aber ich will auch ihm entgegentreten, wenn ich mit ihm in die Diskussion gehen muss. Augustinus sagt, ich will die Sünde hassen, aber den Sünder lieben. Und insofern ist das christliche Menschenbild, glaube ich, ein sehr realistisches Menschenbild, weil wir einfach als Menschen gegenübertreten, die fehlbar sind. Und das sollten wir vielleicht auch als Katholiken, als Christen nochmal ganz neu uns wieder klar machen, dass wir das gemeinsame Gespräch und den Dialog brauchen, um herauszufinden, was ist jetzt wirklich richtig, was sollten wir jetzt wirklich tun, was ist angemessen, was dient wirklich der Freiheit, wirklich der Gerechtigkeit. Also christliches Menschenbild heißt, du als Mensch bist mir eine Aufgabe und ich will dich als Herausforderung nehmen, dass ich mit dir gemeinsam der Wahrheit näher komme. Es sind schon ein paar Begriffe gefallen, die wir nachher gerne mal im Detail besprechen. Diese Freiheit, die hat leider auch eine Kehrseite, nämlich das Menschenmacht ausüben. Und was hat Macht mit Würde zu tun oder andersrum, wie gefährlich ist, Macht für die Würde des Menschen? Macht ist etwas Wunderbares. Also wir könnten ohne Macht gar nicht leben. Also ich habe Macht über meine Zeit, ich habe Macht darüber, was ich esse, was ich nicht esse. Ich kann was tun, ich kann was lassen. Macht ist zuerst einmal eine Möglichkeit des Menschen. Auch die Möglichkeit, seine Freiheit zu gestalten. Man muss schon sehr viel Macht aufbringen, wenn man einer Versuchung widerstehen will zum Bösen. Also ich kann ja in Freiheit denken, ich sollte nicht 160 auf der Autobahn fahren, aber da braucht er schon sehr viel Macht, dieser Versuchung zu widerstehen, wenn ich das als Autofahrer richtig sehe. Also darum, wir brauchen schon auch ein Bewusstsein, dass wir Bevollmächtigte sind in unserer Freiheit, damit wir die Macht auch wirklich sinnvoll nutzen. Darum dient, ist die größte und schönste Frage eigentlich die Sinnfrage, wozu dient jetzt das, was mir möglich ist? Dient es wirklich den Werten? Und setze ich die Macht, die ich habe, so ein, dass sie der Gemeinschaft dient, dem Frieden dient, dem Miteinander dient? Oder setze ich die Macht eigentlich nur ein, weil ich mich und mein Ich am Leben erhalten will? Sie sind Medienfachmann, das kann man durchaus sagen. Was muss die Kirche tun, um dieses erstrebenswerte Menschenbild, das christliche Menschenbild, wieder attraktiv den Menschen näher zu bringen? Indem sie diejenigen mehr zeigt, die das Ganze, den ganzen Tag attraktiv zeigen. Also ich meine, alle Pflegedienste der Caritas, der Diakonie, da sind Menschen unterwegs, die handeln nach diesem Menschenbild. Wenn ich die ganzen Universitätsprofessorinnen, Professoren sehe, die Studierenden, also die Kirche besteht ja aus Millionen von Menschen, die auf ihre Weise versuchen, diese Werte zu leben und auch in die Tat umzusetzen. Und wenn wir vielleicht etwas lernen können, dann sage ich mal ganz franziskanisch, wir brauchen eine neue Aufmerksamkeit für die kleinen Leute. Also ehrlich gesagt, als Minderbruder bin ich ein bisschen immer erstaunt gewesen in den Medien, wie weit das Fernsehen auch ständig so eine Art Lady Diana Show ist, wenn der Papst gezeichnet wird und hier wieder eine Messe und da wieder dies und das. Die Leute haben den Eindruck, die Kirche ist eigentlich nur Rokokokulisse oder irgendwelche merkwürdigen, verkleideten Priester, Kardinäle und sonst, wie das sei die Kirche. Für mich ist die Kirche, die Nachbarin, die klingelt und sagt, kann ich Ihnen was zum Essen mitbringen? Sind es Gemeinderäuser, die sich öffnen, um Mittagstisch zu machen? Sind es Kirchen, die einladen, zu mehr als nur einer Messe, sondern auch Gebetszeiten, wo man auch mal teilnehmen kann, wenn man nicht mehr so fest in den Glaubensschuhen steht? Und da gibt es ja sehr viele Beispiele, wie sehr kreativ vor Ort versucht wird, zu zeigen, was uns heilig und wichtig ist. Der Zusammenhalt der Gesellschaft, das Miteinander der Menschen, die Achtung der Schwachen, dass wir als Verletzte miteinander unterwegs sind, dass wir Suchende sind. Die ganzen Volkshochschulen, die wir haben, katholischen Bildungseinrichtungen, die Akademien, das sind ja alles Orte, an denen versucht wird zu zeigen, es lohnt sich nachzudenken, es lohnt sich mit dem Evangelium zu denken, es lohnt sich theologisch zu denken, das tut die Kirche schon und medial gesehen denke ich mir, habt mehr Vertrauen, vertrauenswürdige Menschen zu zeigen. Also habt mehr Vertrauen darin, dass Menschen vielleicht auch Köpfe wollen, denen sie vertrauen können und seid einfach mal mutig und bringt mal zwei, drei, vier, fünf Personen nach vorne, die als Kommunikatoren für die Gesellschaft unterwegs sind, die vielleicht keine Amtsträger sind, die aber in der Lage sind, den Glauben zu erläutern und zu erklären und gibt denen eine Fläche, damit sie Menschen wirklich erreichen können. Da ist die Kirche manchmal ein bisschen sehr ängstlich und sagt, wir haben aber so viele, da müssen alle gleichzeitig und hintereinander und paritätisch und sonst wie alle zur Geltung kommen und die Amtsträger müssen auch noch alle zur Geltung kommen. Da wird also sehr viel in Richtung Neid und Ängstlichkeit, habe ich den Eindruck, also da glaube ich, da ist noch viel Luft nach oben, um kreativ und lustvoll in der Medienarbeit tätig zu sein. Nun hat die Kirche zwar ein wunderbares Menschenbild, wir haben es ja gerade gelernt, jeder hat die Freiheit, dieses christliche Menschenbild mit dem auch dann dementsprechend auszuleben oder zu dienen, der Gemeinschaft, dem Menschen. Und jetzt gab es, wie wir alle wissen, in dieser Kirche leider auch Menschen, die den Wert des Menschen, die Würde des Menschen, das ist noch gelinde formuliert, mit Füßen getreten haben. Wie geht man mit sowas um? Als Kirche? Ich glaube, die Kirche sollte sich keine Sorgen um sich machen. Also das finde ich die falsche Frage. Die Kirche muss für sich überhaupt sich keine Sorgen machen. Sie soll sich lieber Sorgen um die Opfer machen. Ja, also mir wäre es sehr wichtig, dass das im Vordergrund steht, dass die Menschen, die durch Missbrauch wirklich ihr Leben lang gezeichnet sind und die kaputt gemacht worden sind, durch im Raum von Kirche, dass diese Menschen dauerhaft eine Begleitung haben und auch wo man weiß, wir sorgen uns um euch. Und die brauchen eine Stimme, wir brauchen eine Stärkung der Betroffenenbeiräte. Darüber darf einfach nicht geschwiegen werden. Und je ehrlicher und wahrhaftiger wir wirklich dann auch denen, die geschädigt sind, zur Seite sind, umso mehr sind wir das, was wir sein sollen. Wo finde ich Wert und Würde in der Botschaft Christi? Also die Botschaft Christi war ja, wo die ganze Zeit das Reich Gottes ist euch nahe, das so überlegen die Evangelisten. Und die Botschaft von Christus, das ist jetzt noch ein Unterschied, also Christi Botschaft, das Reich Gottes ist nahe und er hat es erwiesen dadurch, dass er die Nähe zu Menschen gesucht hat und die Grenzen überschritten hat, weil das Reich Gottes grenzüberschreitend ist. Er bringt Menschen zusammen, Ekklesia, Kirche, die Zusammengerufenen zu einer neuen Gemeinschaft gemachten. Und die Botschaft von Christus heißt, dass es keine Sünde gibt, aus der es keine Auferstehung gibt. Dass es keinen Tod gibt, aus dem nicht Auferstehung folgt. Christen sind Auferstehungstypen, ja. Wir sehen die Situation, wir sehen die Bescherung, wir wissen, da ist tatsächlich schwierig alles, aber du, Herr, bist in unserer Mitte, du fasst uns an die Hand, du heißt uns, steh auf und geh. Das heißt, wir sind keine Leute, die den Kopf in den Sand stecken. Christen sind keine Rückzieherleute, sondern das sind Menschen, die aus dem Grab aufstehen. Ja, die sagen, auch der größte Mist kann zum Humus werden, aus dem noch etwas wachsen kann. Und wir sind voller Hoffnung. Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, heißt es in der Liturgie, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus erwarten. Da ist so ein, ja, Herr, ja, eigentlich sind wir deine Kinder. Das sagen die Leute in den Gefängnissen in China und Korea, das sagen die Menschen, die jetzt im Gazastreifen sind, in Israel sind, in der Ukraine sind. Wer will denn das alles lösen? Ich kann das nicht lösen. Ich kann nur immer wieder sagen, meine Hoffnung ist, dass es immer wieder ein Anfangen gibt. Und nichts in der Welt soll mich davon abbringen, bei mir oder bei einem anderen an einen Neuanfang zu glauben. Das, glaube ich, ist die christliche Botschaft schlechthin. Wir haben ein paar Begriffe eben schon genannt, Liebe, Freiheit, Wahrheit. Einer fehlt noch, Gewissensfreiheit. Etwas, was uns ja vom Tier eklatant unterscheidet. Die Gewissensfreiheit ist, glaube ich, eine der höchsten Formen der Freiheit, denn das setzt ja ein geschultes Gewissen voraus. Es setzt ja voraus, dass ich den Verstand eingeschaltet habe, dass ich die mir zur Verfügung stehenden Informationen genutzt habe. Da steckt schon drin, um einen modernen Begriff zu gebrauchen, dass ich bereit bin, die Blase zu verlassen. Also, bitteschön, eben nicht nur das eine gucken, sondern auch das andere gucken. Nicht nur das eine lesen, sondern auch das andere lesen. Dass ich mir eine Meinung bilde, der Verstand ist auch getauft. Und dass ich dann versuche, das, was man wissen kann, zusammenzubringen mit den Werten, den menschlichen Gemeinschaft, die Gerechtigkeit, den Frieden, die Liebe, um daraus dann eine Handlungsentscheidung zu machen. Und das ist ein hochkomplizierter Vorgang. Ein Ehepartner, eine Partnerin, die sich fragt, soll ich mich trennen von, bin ich jetzt im Gewissen verpflichtet, mich zu trennen von meinem Partner oder nicht? Im Blick auf drei Kinder. Das stelle man sich mal bitte nicht so einfach vor. Eine Frau, die schwanger ist mit ihrem Partner, die zusammen überlegen, können wir diese Schwangerschaft verantworten? Die Geburt des Kindes ist verantwortlich. Da eine Gewissensentscheidung rauszumachen, das ist höchste Aufgabe der Kirche, Menschen darin zu begleiten. Und dann auch Ergebnisse des Denkens zu akzeptieren, die man von außen betrachtet, vielleicht nicht akzeptieren kann, vielleicht nicht mal, und dann vielleicht doch auch muss. Das ist schon alles nicht so einfach. Als Seelsorger habe ich da viele Situationen vor Augen, wo ich Gott sei Dank Menschen begleiten durfte und wo ich immer wieder weiß, diese Menschen müssen diese Entscheidung treffen, weil sie sie auch ein Leben lang tragen müssen. Und das kann ich ja nicht verhindern. Und das, dass sie das tragen müssen, wie immer sie sich entscheiden. Aber dass darin heiliger Geist wirkt, Erleuchtung wirkt, dass man alle Tatsachen zusammenholt, alle Dinge, dass man sich nicht treiben lässt, nicht von rechts und nicht von links, sondern zu sagen, und wir beide stehen jetzt zu dieser Entscheidung, das finde ich ist interessant zu begleiten. Und wir müssen daran festhalten, dass dies die höchste Form der Verwirklichung des Menschen ist, dass er zu seiner Entscheidung im Gewissen findet. Es gibt Menschen, die sehen, in Dingen, die denen widerfahren, eine Form von Strafe Gottes für Fehlverhalten im Leben dieser Menschen. Würde dem, was wir bisher gehört haben, widersprechen, oder? Ich glaube, das widerspricht dem gar nichts, sondern letztlich ist ja, dass ich dann nicht mehr tragen kann, wie ich entschieden habe, weil ich eingesehen habe, dass ich falsch entschieden habe, ist eine der größten Strafen, ja. Dass ich zu lange bei meinem Alkoholikerpartner geblieben bin, ja, und mir und meinen Kindern so viel geschadet habe. Darunter leiden die eine und die anderen, dass ich mich zu früh von dem getrennt habe und nicht ihm treu geblieben bin. Darunter leiden die anderen. Was am Ende zum Fegefeuer und zur Hölle und zur Strafe vom Einzelnen wird, das ist ja sehr subjektiv, ja. Wenn Sie Eltern fragen, die ein beeinträchtigtes Kind zur Welt bringen, sind die bestraft worden, sind die beschenkt worden, ja, wer weiß das denn? Und mit welchen Maßstäben wird das entschieden? Hat jemand wirklich Glück, der fünf Millionen geerbt hat? Hat der wirklich Glück? Oder ist er im Grunde genommen am Ende angekommen, weil er nach einem Jahr schon alles versoffen hat? Und alles, gucken Sie die Lottogewinners-Geschichten an. Also das, was Menschen Glück nennen und Belobigung und von Gott hat mich jetzt hier glücklich gemacht, das kann sich morgen schon als sehr hohl erweisen. Und umgekehrt das, wo Menschen sagen, jetzt bin ich aber wirklich bestraft worden, weil ich jetzt den Krebs gekriegt habe, weil mein Mann so früh gestorben ist, mein Kind ist so früh gestorben. Das ist alles anders gekommen. Ja, das auszuhalten, zu begleiten Menschen in diesem wahnsinnigen Trauern und das ist ein echtes, wahnsinniges Trauern, um dann auch vielleicht irgendwann plötzlich das Menschen entdecken, darin wurde ich zu einer neuen Möglichkeit gerufen. Das, was mir Strafe erschien, ja, was mir Bitterkeit war, das wurde mir zur Süßigkeit des Leibes und der Seele verwandelt, gibt es ein Wort von Franziskus, dass er auf sein Leben, oder der heilige Paulus, das, was ich damals für toll fand, super, das erachte ich jetzt als Unrat, ja, unsere Glücksvorstellungen. Christenum stellt das in Frage, weil es die Humanität in den Mittelpunkt stellt und die Humanität ist völlig unabhängig davon, wie reich, wie arm, wie gesund, wie nicht gesund und was weiß ich, grün, schwarz, welches Geschlecht ich habe oder was auch immer. Christus lebt in mir und daraus kann etwas werden, was vielleicht unerwartet ist, und die ganze Gemeinschaft herausfordert und da hat die katholische Kirche oft versagt, weil sie so einen gemeinschaftlichen Rasenmäher hatte. Ja, da müssen also die Katholiken müssen Katholiken heiraten und die müssen zwei bis vier Kinder haben und die müssen dies und jenes und alles Mögliche haben. Da sind wir Gott sei Dank vielfältiger geworden und wenn man sich die Orden anguckt in dem großen Atem der Geschichte, ja, das ist ja ein Paradox von Diversität, ja, also das ist ja wahnsinnig in diverse Veranstaltungen, die Kirche in ihren ganzen verschiedenen Denominationen, die unterschiedlichen Kirchen, evangelische, orthodoxe, russisch, ukrainisch, griechisch, afrikanisch, was weiß ich, wie anglikanisch, das ist ja alles sehr divers und ist doch wunderbar im Kosmos Gottes und welche Pläne er damit hegt für die Menschheit, weiß ich nicht. Lassen Sie uns von der Theorie ein bisschen in die Praxis zurückkommen. Sie sind Träger des Bundesverdienstkreuzes am Band. Zunächst einmal Gratulation dazu, ist zwar schon ein paar Tage her, aber trotzdem kriegt ja nicht jeder so ein Ding. Das ist eine besonders verdienstvolle Auszeichnung für Menschen, die sich für das Gemeinwohl ausgezeichnet haben, die dort besonderes Engagement gezeigt haben. Womit haben Sie diese Ehre des Landes erhalten? Das Bundesverdienstkreuz wurde mir verliehen, weil ich vorgeschlagen wurde wegen meines Engagements für arme und obdachlose Menschen in Frankfurt am Main. Da hatte ich die Gnade, ein Werk zu übernehmen, das Bruder Wendelin in den 90er Jahren aufgebaut hatte, ein Kapuzinerbruder, der einen Frühstücksraum eingerichtet hat, wo Menschen am Platz bedient werden, ihre Wünsche sagen dürfen, denn die Menschenwürde sehr wichtig war. Und ich habe in dieser Tradition weiter wirken dürfen und dafür eine Stiftung gegründet, die Franziskustreff Stiftung. Und unsere Mitarbeitenden, die wir bis jetzt gefunden haben, die mit uns arbeiten, aufgrund von vielen Spenderinnen und Spendern, die sorgen dafür, dass obdachlose Menschen einen Schritt nach vorne gehen können, zurück in die Gesellschaft. Und das ist etwas, was offensichtlich manchmal aufgefallen ist, dass ich mich dafür engagiert habe und wurde deswegen vorgeschlagen. Wissen Sie, wer Sie vorgeschlagen hat? Ja. Dürfen Sie darüber reden wahrscheinlich? Ich kann darüber reden, den Namen werde ich nicht sagen. Das ist einfach ein Ehepaar, das in Frankfurt sehr engagiert ist und das auch im Grunde genommen weiß, dass es solcher Vorschläge bedarf, damit überhaupt Leute dann auch entsprechend so Auszeichnungen erhalten. und dieselbe aber auch sehr sozial engagiert sind und schon vieles Gutes auf die Beine gestellt haben. Ja, und wahrscheinlich deswegen dann auch wissen, was Bruder Paulus da leistet. Also allein die Tatsache, dass Menschen dort am Platz bedient werden und denen sozusagen ein Stück Würde zurückgegeben wird, da passiert ja noch viel, viel, viel mehr. Genau, Würde zurückgeben, da widerspreche ich sofort, sondern dass man entsprechend ihrer Würde handelt, denn Würde kann man nicht zurückgeben, sondern Würde hat jeder. Man kann sie sich aber spüren lassen, auch dadurch, dass jeder 50 Cent bezahlt und so sich beteiligt am Frühstück, dadurch, dass wir Sozialberatung anbieten und jeder die Freiheit hat, so eine private Sozialberatung in Anspruch zu nehmen. Wir haben uns jetzt auch weiterentwickelt und werden eine Krankenstation eröffnen, einen Arbeitsplatz, Arbeitsplätze schaffen für obdachlose Menschen, Wohnungen im Housing-First-Prinzip, das führt ja zu weit, das zu erklären, anzubieten, dass Vermieter obdachlosen Menschen bevorzugt eine Wohnung anbieten. Das alles ist Lobbyarbeit und dient dazu, dass wir die spezielle Lebensform, die obdachlose Menschen haben, die sie gewählt haben, in die sie hineingeschlittert sind, dass sie da den Mut haben, wieder ihrer Würde sich gewiss zu werden und Auferstehung üben. Es gibt tatsächlich Menschen, die behaupten oder sagen, in Deutschland muss keiner obdachlos leben. Das sei ein frei ausgesuchtes oder frei entschiedenes Lebensmodell. Würden Sie dem zustimmen oder würden Sie sagen, nee, da habe ich eine Antwort parat für diese Menschen? Das muss man sehr differenziert sehen. Wenn das so eine Meinung ist, die sagt, die sind selber dran schuld, da sage ich sofort, ich habe wohl einen Vogel. Wenn es aber darum geht zu sagen, jeder Mensch hat Spielraum in der Gestaltungsfreiheit, dann würde ich sagen, auch obdachlose Menschen haben diesen Spielraum. Wir haben in Deutschland an Weihnachten jedes Jahr 250 Stühle, die frei bleiben, weil irgendwelche Kinder sich entschieden haben, ihre Mutter nie mehr zu besuchen oder irgendwelche Väter sich entschieden haben, nie mehr bei der Tochter zu sein. Also das gibt es, dass man innerlich diese Sturheit hat. Die gibt es in jedem menschlichen Leben, dass jeder schon mal Schluss gemacht hat mit irgendjemandem. Und auch obdachlose Menschen sind Menschen, die das in ihrem Leben oftmals so vollzogen haben, wenn sie denn nicht psychisch krank sind und auf diese Weise kaum noch für sich selber was regeln können. Auch das kommt oft vor. Von daher sage ich mir, ja, wir haben Hilfesysteme, ja, wir haben die staatliche Hand, ja, es gibt Möglichkeiten, aber diesen Weg muss auch jemand erst einmal beschreiten können. Und da haben viele Menschen offensichtlich Schwierigkeiten mit diesem Weg. Offensichtlich muss man die Angebote ändern, da sind wir als Stiftungen dran, andere Angebote zu machen, dass Menschen gerne noch mal was versuchen. Und vielleicht muss man aber auch einfach sagen, es wird immer dazu gehören, zum Leben, dass in unserer Gesellschaft sich Menschen entscheiden, diese Möglichkeiten der Hilfe so nicht in Anspruch zu nehmen. Und deswegen bin ich dafür differenziert zu sagen, Leute, macht euch doch einfach einen Obdachlosen zum Freund. Also wenn jeder sich einen Obdachlosen Menschen zum Freund machen würde, mit ihm mal einen Kaffee trinken geht oder mit ihm mal einfach essen geht, dann wird man viel lernen. Also man kann von Obdachlosen Menschen super viel lernen über das, was unsere Gesellschaft ausmacht. Und wenn ich einen Aufruf starten würde, würde es heißen, lernen wir mal einfach von Menschen, die Obdachlos sind. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Diese Station in Frankfurt war ja einer der, ich würde mal sagen, prägendsten und auch längsten Stationen. Was hat Bruder Paulus in Frankfurt in Sachen Werte und Würde des Menschen, aber auch sonst, für sein Leben gelernt? Ich habe zum einen gelernt, die Vielfalt der menschlichen Kulturen, eine Stadt mit 200 Sprachen, über 180 Nationen, die da leben, in friedlich zusammenleben, weitestgehend, das ist schon toll. Ich habe gelernt, die Vielfalt nochmal ganz neu wertzuschätzen. Ich habe gelernt, dass Obdachlose Menschen und arme Menschen Menschen sind, die uns etwas zu sagen haben und auf die ich gerne hören will. Da werde ich sicher auch nochmal hier schauen, wie kann ich das in München für mich nochmal mehr verwirklichen. Dann glaube ich, habe ich gelernt, weil ich ja viel in den Medien auch gemacht habe, dass ich durchaus bereit bin, mit Menschen zu sprechen, die journalistische Verantwortung haben und dass die eine hohe Verantwortung haben und dass die die auch ausüben. Man macht sich ja keinen Gedanken darüber, was in Redaktionen alles diskutiert wird. Die machen das schon sehr verantwortungsvoll. Und ich habe leider auch da gelernt, dass in einer anonymen Großstadt manche Leute einfach ihre Kinderstube vergessen, wenn sie da samstags und freitags reinfallen und die Stadt zurücklassen wir in den Saustall. Also das ist leider auch eine Erfahrung, die ich schon sehr bedrückend fand, dass also Frankfurt da noch Wege sucht. Wie können wir mit denen, die zu uns kommen, wie können wir da so umgehen, dass die Menschen merken, dass unsere Liebe begrenzt ist, denn die will auch Ordnung haben. Und wie das zusammengehen kann, da hat Frankfurt sicher auch noch seine Wege zu finden. Können Sie sagen, es gibt Momente oder es gibt Beispiele, Personen, Ereignisse, wo Sie sagen, das war einschneidend oder das hat meine Arbeit beflügelt oder ist es hängen geblieben, weil es nicht Alltag war? Ich glaube, da kann ich wirklich nennen meine Aufgaben in der Notfallsilsorge. Ich war da sieben Jahre in der Notfallsilsorge tätig und habe die Einsätze, die ich begleitet habe, immer als sehr intensiv empfunden, bei denen ich viel Einblicke gewonnen habe, das, was Menschen alles aufgebürdet wird in ihrem Leben und wie viel sie tragen müssen. Das hat mich schon sehr, sehr angesprochen. Und das Zweite sicher auch, wie viele Menschen sich wirklich Gedanken machen, wie sie jetzt dann das, was sie vermögen, also was sie können, aber auch was sie ein Vermögen haben, wie sie das so einsetzen, dass es nachhaltig wirkt. Und auch da glaubt man ja als Normal-Otto-Verbraucher nicht, dass es durchaus Menschen gibt, die ehrlich gearbeitet haben und die auch Vermögen angesammelt haben, dass die sich einen echten Kopf darum machen, wie können wir das nachhaltig einsetzen, dass es wirklich die Gesellschaft weiterbringt. Darum bin ich im Stiftungswesen ja unterwegs und berate auch Menschen, wenn sie sich über Nachlassgedanken machen, wie gestalte ich mein Testament, dass ich da mit Menschen ins Gespräch komme, nicht so sehr als juristischer Berater, das darf ich gar nicht, aber doch als Seelsorger auch, weil es für viele Menschen schon eine Frage ist, warum packe ich das Thema eigentlich nicht an, warum schiebe ich das auf die lange Bank, ich müsste doch eigentlich mal, ich könnte doch mal und darum sage ich jedem, Leute, kommt doch mal zu mir, wir reden mal darüber, vielleicht finden wir irgendwie mal einen Anfang. Sie haben auch im Hospiz gearbeitet, in Würde altern, sagt man so schön. Was heißt das im Zusammenhang mit einem Hospiz? Im Hospiz sind ja am wenigsten alte Menschen, im Hospiz sind Menschen, die schon sehr früh zum Lebensende kommen und da sage ich auch mal sehr deutlich, ich gehe jeden Tag meinem Tod entgegen, sie sind ein Sterbender, ich bin ein Sterbender und wir wissen nur noch nicht genau wann und von daher sage ich mir erst mal, ja das Leben ist viel zu kurz und lange unglücklich zu sein und diejenigen, die zum Sterben kommen, sind Menschen, die sehr intensiv leben. Also das Sterben ist eine der sehr intensivsten Möglichkeiten des Lebens und für viele ist es deswegen so schwierig, weil die emotionalen Qualitäten, die da zum Tragen kommen, das sind die nicht gewohnt in der Familie zu leben. Also zu weinen bei seinem Vater, der da gerade stirbt, welcher Sohn hat schon mal bei seinem Vater geweint? Wer hat schon mal dann vor seinem Kind zu weinen, das da stirbt? Welche Eltern haben schon mal vor ihrem Kind wirklich herzerreißend geweint? Was da an nicht gelebtem Leben plötzlich zutage tritt und wie intensiv das ist, für mich waren das immer Besuche und Erfahrungen wie im Kreißsaal, ja. Es soll etwas Neues geboren werden, ja. Und wir wissen nicht, wie es sein wird, ja. Keiner weiß, wie das Leben ohne den anderen weitergeht und dieses letzte Loslassen ist ein intensiver Moment von Lebendigkeit, todtraurig und gleichzeitig habe ich auch noch, ehrlich gesagt, nie so herzlich gelacht wie in Sterbezimmern, ja. Weil man einfach am Ende auch fröhlich sein kann, dass man so viel Leben miteinander gelebt hat und dass das doch auch gut war, was man miteinander gelebt hat. Wie schafft man es, diesen Menschen, die dann da, ja, sich verabschieden, das in Würde zu machen? Ich glaube, die größte Würde besteht darin, dass man der Wahrheit Raum gibt. Also wenn ein Ehemann seine Frau, seine sterbende Frau keinen Kuss geben will, obwohl das in allen Klatschbasen und Spalten steht, dass man aber doch bitte eine sterbende Frau küssen sollte, wenn das nicht zum Mann gehört, dann muss er das auch nicht. Und wenn jemand alleine sterben will, dann darf er auch alleine sterben. Dann müssen nicht die Kinder und alle möglichen Leute ihm Gemeinschaft sozusagen zutragen. Also die Sensibilität für den Augenblick, was wirklich zum anderen passt, was in Freiheit von ihm vollzogen werden will, das herauszufinden miteinander, das ist für mich die Bewahrung der Würde. Da gibt es keine allgemeine Lösung zu. Keine allgemeine Lösung zu. Und ich plädiere sehr dafür, dass wir den individuellen Weg des Einzelnen ehren und achten und unser Leid damit, dass er es vielleicht nicht so will, wie ich mir das vorstelle, dass wir damit fertig werden. Damit zum Kreuz zu gehen, das ist, glaube ich, viel sinnvoller, als die ganze Zeit irgendwie sich zu überlegen, ja, der müsste aber doch, der sollte aber jetzt doch, es müsste doch, nein, es müsste eben gar nichts. Würde bewahren heißt Freiheit bewahren. Es gibt Menschen, die erachten, es hat es erstrebenswert, ihrem Leben ein Ende zuzuführen, zuzuführen, weil sie sagen, sie sind in der Form, in der sie da leben, für andere eine Last. Nun haben wir ja gelernt, dass das Leben ein Geschenk Gottes ist. Kann man das einfach so? Also ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die das erstrebenswert finden, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Das ist, glaube ich, eine sehr hohe These. Sondern es gibt Menschen, die für sich keinen anderen Ausweg sehen. Und ich finde, das ist auch erst mal ehrlich zur Kenntnis zu nehmen. Und auch da will ich jetzt gar nicht große Interpretationen sagen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, Leute, vielleicht haben diese Menschen zu wenig die Erfahrung gemacht, dass andere bereit sind, das Leid mitzutragen. Vielleicht haben diese Menschen zu wenig die augenblickliche Erfahrung, dass die Medizin wirklich Schmerzen lindern kann. Vielleicht haben diese Menschen auch nicht diese Erfahrung gemacht, dass es nicht nur Sinn gibt, wenn ich die ganze Zeit laufe, schwimme, tanze, nach Mallorca fliege, sondern dass es auch ein sinnvolles Leben geben kann, dass einfach nur man in einem ruhigen Ein- und Ausatmen geht, wie in einem Meditationszentrum. Das ist im Pflegebett nicht anders. Dass es da auch ein erfülltes Leben geben kann. Das weiß ich alles nicht. Und darum bin ich sehr behutsam mit Menschen, die mir diesen Wunsch bringen. Also wenn zu mir jemand kommt in der Beratung, und es kommen durchaus Menschen zu mir, dann kann es auch mal sein, dass es richtig ist, zu jemandem zu sagen. Und auch das sage ich Ihnen deutlich, es gibt keine Rezepte. Dass es richtig ist, zu jemandem zu sagen, und wenn Sie dann sich das Haben anschließen lassen, um sich dann den Tropf zu öffnen, mit dem das Gift in Ihrem Körper läuft, dann rufen Sie mich bitte, ich möchte dabei sein. Ich möchte Sie nicht allein lassen. Ich werde Ihnen die Krankensalmung spenden. Und ich werde beten, wenn Sie das erlauben. Wenn Sie das erlauben. Sie können mich auch anrufen und sagen, jetzt mache ich es gleich. Dann bete ich dann aus der Ferne, so wie Sie das gerne mögen. Und dann erfahre ich dann plötzlich, dass Menschen sagen, Sie sind der Allererste, der mich nicht davon abbringen will. Jetzt sage ich, warum soll ich Sie davon abbringen? Weiß ich, welcher Weg für Sie richtig ist? Ich weiß das nicht. Ich weiß das wirklich nicht. Und wir müssen, ich habe diese Achtung vor der Freiheit eines Menschen. Und ich glaube, wenn ich ihm so begegne, dann kann er vielleicht noch mal ein ganz klein bisschen die Musik hören, die aus der Würde kommt, die jedem Einzelnen inne wohnt, um daraus vielleicht noch mal genauer hinzugucken, ist das wirklich so, dass ich auf diese Weise mein Leben am besten verwirkliche, dass ich es beende? Ja, weiß ich aber nicht. Ich muss diese Frage offen lassen. Ich will sie auch offen lassen. Obwohl ich es selber für mich, glaube ich, im Moment mal nicht wählen würde. Aber ich glaube, als Seelsorger und als Kirche können wir auch ethische Maßstäbe ausstellen. Wir können alles Mögliche aufstellen. Aber in der einzelnen Situation hat die Kirche sich noch, also, naja, hat sie schon auch leider machthungrig, wie sie ist, wissen, die Schlafzimmer regieren wollen. Aber eigentlich ist es die Aufgabe der Kirche, das Licht des Evangeliums leuchten zu lassen. und wenn der Einzelne davon beschienen wird, bei ihm zu sein, es in sich einzulassen. Das ist wahnsinnig schwierig, ja. Aber das ist unsere Qualität und wir brauchen unbedingt dieses Vertrauen der Menschen, dass wir ihnen diese Möglichkeit geben wollen, bei ihnen zu sein. So, ich bin der, ich bin bei euch. Also, das ist der Gottesname und das ist die Aufgabe der Kirche. Sie waren auch in der Jugendseelsorge? Tätig, politisch engagiert. Und wenn man sich jetzt die Politik in Berlin anschaut, die letzten Gesetzesentwürfe, alles, was da so entworfen wird, da gibt es oft den Vorwurf der Ideologie. Es spielt hier Wert und Würde bei diesen ganzen Gesetzen oder auch bei den anderen Geschichten rund um Finanzierung von Kindern und Armut und etc. Familie, spielt da Wert und Würde des Menschen eine maßgebliche Rolle in ihren Augen? Also, in meinen Augen bin ich zu wenig drin in diesen ganzen Gesetzgebungsverfahren. Da bin ich vielleicht auch politisch heute nicht mehr hellwach genug. Das will ich auch gerne zugeben. Aber ich kann Ihnen sagen, jeder, der politisch verantwortlich ist, jeder dieser Abgeordneten, der steht unter einem wahnsinnigen Gewissensdruck, Tatsachendruck, Gelddruck, Finanzdruck und alles Mögliche und erst einmal wehre ich mich dagegen, dass es eine allgemeine Verdächtigung gibt gegenüber denen, denen wir die Macht gegeben haben. Wir sind das Volk und wer es besser weiß, der soll sich um Himmels Willen wählen lassen. Wir haben 86 Millionen Trainer, die wissen, wie die deutsche Nationalmannschaft hätte spielen müssen. Was für ein Quatsch alles. Also, Leute, ich kann nur sagen, wer es besser weiß, der soll sich doch wählen lassen. Bitte schön. Dann macht es doch einfach besser und am besten fangen wir schon mal in der Kommunalpolitik an und ich glaube einfach, dass wir die Gesetze bekommen, die wir uns gewählt haben, von den Politikern, die wir uns gewählt haben und wir sollten miteinander daran arbeiten, dass wir neu miteinander verhandeln, wie geht das eigentlich, wie geht das und die Parteien sind für uns im Moment die einzige Möglichkeit, eine demokratische Willensbildung voranzutreiben und da fragt sich jede Partei, wie sie das am besten macht und jeder kann zu jeder Parteiversammlung hingehen. Also, jede Meckertante, die mir da begegnet, jeder Meckeronkel, dem sage ich, gehen Sie doch hin, gucken Sie in die Zeitung, können Sie hingehen, können Sie alle sagen, Sie können die Besuchstabide, Bürgersprechzeiten und die Politiker sagen mir, alle, die kommen ja nicht. Die kommen ja nicht und da sage ich, jedem, der zur Kirche geht, der soll auch zu einer Parteiversammlung gehen und soll einfach sehen, dass dieses Itemissa ist, dass Jesus sich dir schenkt. Der schenkt sich ja nicht für dich, sondern dass du dich weiter schenkst, zum Kuckuck. Es muss auch nicht jeder in die Politik gehen, aber von daher ist für mich diese Politikerschelte, die wir haben, ist auf der gleichen Stufe wie die Kirchenschelte, auf der gleichen Stufe wie die Vorstandsschelte, die Manager, die da oben, die sind alle, Leute, also bitte, ja, das sind alles Menschen wie du und ich, die versuchen, ihre Verantwortung wahrzunehmen und sogar, wie du jetzt mit einem Schelten versuchst, Verantwortung wahrzunehmen, ja, musst du dich allerdings fragen, ob das wirklich vernünftig ist. Also eine, weil es gerade anklang, nochmal so eine steile These von mir, würde es dem Wert und der Würde des Menschen helfen oder sagen wir mal, würde die dadurch mehr gesehen werden und mehr beachtet und geachtet werden, wenn die Menschen nicht in Bundesparteitage gehen, sondern die Eucharistiefeierungen suchen? Ich glaube, dass wir unbedingt Orte brauchen, an denen Menschen ihr Menschenrecht auf Religion pflegen können. Die Kirchen haben sich zu Bekenntnisorten leider entwickelt, da geht man zu der Täterorganisation, das muss man, das wird man auch lange nicht abschütteln können. Dass Kirchenorte, das Vertrauen sind, also da werden wir noch lange daran üben müssen, ja, auch wenn das Grundvertrauen in Seelsorge, glaube ich, erhalten geblieben ist, aber mit Kirche und so, darum bin ich froh, dass es das Haus in Berlin geben wird. Ich bin dafür, dass wir bitte interreligiöse Zonen in der Stille einführen. Ich bin dafür, dass wir in Schulen von mir aus kein Religionsunterricht, aber doch stille Unterricht oder irgendwas einführen, wo Menschen das, was wir brauchen im Leben, nämlich durchatmen, nachdenken, Reflexion, einen Schritt zurückgehen, Gebet, sage ich, Self-Coaching, ja, man tut einfach im Gebet sich mal erheben und dann guckt man auf sein Leben zurück. Das brauchen Menschen unbedingt. Also wir sollten uns nicht der Vermathematisierung der Welt erliegen, die Vergötzung der Mathematik, der Excel-Tabellen, der Preise, des Kapitalismus, die Vergötzung von Erfolg, von Glück, von jung bleiben, dem zu widerstehen, um Widerstand zu leisten. Am Ende wird das ja vermarktet. Ja, kauf mich ein, dass du jünger wirst. Kauf mich ein, dass du die Welt erlebst. Gegen diesen Druck war Religion eigentlich schon auch gedacht, ja, den Mächtigen zu widerstehen, ob sie nun politisch mächtig oder geldmächtig sind. Das zu pflegen, finde ich, unbedingt religiös sein ist Freiheitspflege. Und das brauchen wir auch. Und wenn Eucharistiefeiern so gestaltet sind, dass das spürbar wird, dass da einer ist, der in einer egomanischen Gesellschaft mitten in einem Fitnesstempel den ich jetzt mal Kirche nenne, einem Fitnessstudio Kirche, sagt, für euch, ich für euch, das ist die Alternative. Nicht du für mich, sondern ich für euch. Dann sind Kirchen tatsächlich alternative Fitnessstudios, ja. Aber dann sollten wir sie auch so gestalten, die Gottesdienste. Und da habe ich leider auch Erfahrungen mitzuteilen, weil ich jetzt ja selber oft an Gottesdiensten auch teilnehme, wo ich so denke, ja, da ist auch noch Luft nach oben, nicht? Da ist auch noch echt Luft nach oben. Und wir sollten uns da nochmal neu Gedanken machen, wie wir fähiger werden in den Kirchen, die noch da sind, Liturgie mit zu feiern, ja, zu stehen, zu singen, ja, zu antworten. Und das gilt für alle. Der Priester ist der allerunwichtigste in einem Gottesdienst, ja, aber solange Gottesdienstbesucher da wie Theaterbesucher sitzen und fragen, was geht da vorne für ein Programm ab, hat niemand verstanden, dass wir alle in tätiger Teilnahme einbezogen sind, das feste Auferstehung zu feiern. Weil es jetzt ein zwei-, dreimal so anklang, dass die Menschen egoistischer geworden sind oder mehr an sich denken. Gleichzeitig, dass andere, dass eben, was in Frankfurt erlebt wurde, dass man sozusagen Menschen durch das Helfen, man sich selber vielleicht sogar einfach glücklich macht, weil man den anderen mit Würde beschenkt und glücklich wird, weil der glücklich ist. Also, das heißt, es gibt noch die andere Seite, aber wo ist die Gesellschaft falsch abgebogen, dass man auf einmal dieses Ekumanische bevorzugt und nicht mehr diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt, diese Gemeinschaft? Gut, da kann man jetzt sich viele Gründe überlegen. Man wird sich fragen müssen, als Gutenberg die Bibel erfand, wie weit hat das die Theologie verändert und die Gesellschaft, dass die Thesen Martin Luthers so verbreitet werden konnten. Man wird sich auch fragen müssen, das Fernsehen und die Einführung der Medien, wie weit verändert die auch unser Miteinander. Es ist doch einfach erschreckend, dass wir alle nur noch Suchmaschinen fragen und nicht mehr den Nachbarn. Und es ist ja nicht umsonst, muss man sich einfach fragen, schaffe ich das überhaupt noch, ohne ein Smartphone durch die Gegend zu gehen. Kann ich noch, was ist meine Offenheit eigentlich? Und da viele Leute diskutieren darüber, wie weit es diese gesellschaftlichen Veränderungen auch aufgrund des Fortschrittes gibt. Ob das Auto, das Miteinander der Menschheit wirklich gefördert hat? Keine Ahnung, ja. Und ob das Fliegen, was wir jetzt alle so tun und keine Ahnung. Es kann nur jeder noch schneller seine Wünsche erfüllen. Das war früher nicht so einfach möglich. Und ich glaube nicht, dass die Leute egoistischer geworden sind, sondern ich glaube einfach, dass sie neue Möglichkeiten gefunden haben und vielleicht auch noch finden können, ihre Sehnsucht nach Miteinander-Dasein zu erfüllen. Ich habe mich zum Beispiel angemeldet hier in München bei der App nebenan.de und präsentiere mich als Bürger, der hier gekommen ist und sage mal guten Tag. Und dann gucke ich mal, was da alles so stattfindet. Und dann sage ich jetzt auch mal, ich bin übrigens Hallo, ich bin auch Seelsorger, ich darf sowieso nichts weiter sagen, was mir erzählt wird, wenn Sie wollen. Dann kommen Sie mal. Und schon nach einem Tag Posting melden sich zwei Leute, ja. Und das, finde ich, ist Kirche. Ja, dass wir, und alle Menschen suchen nach dem Miteinander. Und ich finde so viele gute Möglichkeiten. Die Gesellschaft ist meines Erachtens nicht falsch abgebogen. Also wenn wir falsch abgebogen sind, kann man sich fragen, ob wir bei den Sklavenhandlungen falsch abgebogen sind. Das dürfen wir alles nicht vergessen. Wir haben eine lange Geschichte hinter uns, ja. Wir fanden das ja alles ganz toll, dass Leute in Indonesien weiße Jesuse machen und ans Kreuz hängen, ja. Und ihre eigene Hautfarbe nicht als Erlösungsfarbe lesen, sondern ein Weißer kommt uns zu Erlösen, nicht. Das können Sie heute noch in Indien in den Werbetransparenten sehen. Da sind weiße Frauen, die machen Werbung für Make-up, nicht die Leute, die die Hautfarbe haben von dort, ja. Das alles, diese Kolonialismus-Debatte, da sind wir an vielen Fällen falsch abgebogen. Und in den 33er und 35er Jahren in Deutschland immer ganz von zu schweigen, das waren alles getaufte und gefirmte Leute, die den Führer geholtigt haben und wie da ein Versagen ist, auch von Evangelisierung und so. Also von daher bin ich sehr vorsichtig mit dem falschen Abbiegen in der Gesellschaft, sondern ich bin eher einer, der sagt, Leute, wir versuchen mal wieder einen Schritt, lass uns doch mal einen Schritt versuchen. Christus geht mit uns, er hat uns immer noch nicht aufgegeben. Er geht mit uns durch die Zeit und er gibt uns sein Brot in die Hände, er schenkt uns seine Hingabe, er lässt uns neu anfangen, dann lass es uns nach bestem Wissen und Gewissen auch tun. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit natürlich auch nochmal unseren Lesern oder den Menschen etwas mit auf den Weg zu geben. Sie sind ja ein Sprachrohr, ein Medienmann. Nutzen Sie die Gelegenheit, was möchten Sie zum Thema Wert und Würde des Menschen, unseren Zuschauern, Lesern mit auf den Weg geben? Ich möchte einfach den Leuten sagen, trauen Sie sich, dass in ihnen mehr Möglichkeiten sind, als sie sich selber zutrauen. Trauen Sie sich, das zu glauben. Glauben Sie daran, dass Gott Sie dahin führen wird, wohin er es in seinem ewigen Plan sich schon gedacht hat und wenn Sie es jetzt gerade nicht rausfinden, was das ist, haben Sie einfach viel Geduld. Das Reich Gottes ist auch Ihnen sehr nahe, das will ich den Leuten so persönlich sagen, ja. Das Reich Gottes ist auch dir nahe, der du eigentlich denkst, wieso denn eigentlich mir? Wer achtet daran auf mich? Keiner hört auf mich, ich kriege keine Klicks, ich habe keine Likes, ich gehöre nirgendwo, ich habe keinen Anschluss und dir ist das Gottes Reich nahe, hä? Und wenn ich das Menschen verkünden kann und sagen kann und auch hier jetzt, wo ich lebe, spürbar machen kann, dann hätte ich meine Mission erfüllt. Vielen Dank, Bruder Paulus, für die Zeit erst einmal, aber auch für das sehr schöne und ich finde auch sehr persönliche Gespräch, durchaus sehr spannende, interessante Gedanken dabei und ja, vielen Dank, dass wir hier zu Gast sein durften. Liebe Grandios-Freunde und wenn Sie noch mehr zum Thema wissen möchten, dann empfehle ich Ihnen unsere Grandios-Homepage unter www.grandios.online. Hier gibt es noch weitere informative und in Teilen auch emotionale Aspekte zum Thema. Wir haben Gesprächspartner wie zum Beispiel Professor Gerald Hüther, Frau Professor Könninger oder auch Karl Theodor zu Guttenberg, den ehemaligen Bundesminister. Alles, wie ich finde, ausgemachte Fachleute oder auch spannende Gesprächspartner, wenn es um das Thema Wert und Würde des Menschen geht. Zum Schluss will ich Ihnen gerne auch noch unseren Herausgeber, die Grandios-Stiftung, mit ans Herz legen. Ihre Unterstützung macht solche spannenden Gespräche wie mit Bruder Paulus möglich. Dafür schon jetzt ganz herzlichen Dank. Vergelt es Ihnen Gott. Machen Sie es gut, empfehlen Sie uns gerne weiter, bleiben Sie uns gewogen. Tschüss, ciao, adi. hasse Bis zum nächsten Mal.